Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Company of Heroes Ähm, nein Achso, ok Ne, ich hatte das ja vor Ich glaube, das ist jetzt vor drei Monaten gewesen Habe ich die Reihe jetzt angefangen Ich hatte gesagt, dass ich das Let's Play während meines Urlaubs ging Das natürlich nicht Ähm, oder das hatte ich da nicht vorbereitet Und Habe dann gedacht, ja, jetzt Machst du das weiter, macht es zwar nicht Also ich finde das Spiel schon ganz gut Aber Ähm Es macht mir Es macht mir persönlich jetzt nicht Ganz so viel Spaß Äh, obwohl es halt, ja, es gibt Panzer Und so, ich meine, das kann man da viel falsch machen Deswegen, ähm Ja, also es ist schon gut Aber Hm Ich habe es mal anders vorgestellt Also Gleich bin ich jetzt hier auch noch nicht so weit Aber, ähm Ich habe es mir doch nochmal Etwas anders vorgestellt Ey Ich bin natürlich auch ein Noob darin Das muss man natürlich auch bedenken Wie die schießen auf uns Wie die schießen auf uns Wird ein Wunder Jetzt schauen die wieder ab Jetzt kommen die von da Ich glaube, die Maus kann die ein bisschen schneller Obwohl Ja, es passt sogar Ich mache jetzt Aber kurz mal einen Stopp Um zu gucken Ob der Sound geht Weil der Den habe ich etwas höher gedreht Und ja Weil er davor etwas leiser war So Zurück Auf dem Schlachtfeld Ich mache das hier doch nochmal ein Stückchen laut Nicht zu viel Ich habe mein Mikro gerade etwas so runtergestellt Und Ja, weil das ist Ein bisschen blöd Ich habe zwar eine Software dafür Aber Die benutze ich nicht so Also ich habe die nicht Installiert Und Und Oh Das ist jetzt natürlich gut Ich kann die Truppen einsetzen Transfer, wofür ziehen wir hier? Ja, okay Ähm Ich wollte nicht sagen Genau, das ist Ähm, nee Das Problem ist dabei Wenn ich den Sound Oder wenn ich mein Mikro da leiser stelle Dann Es ist oft so, dass ich Ähm Ach, da muss ich doch Geh, nicht hier Ähm Dass der das nach Ich weiß nicht Ähm Ein, zwei Neustarts Wieder Ja, umkehrt So gesagt Nee, das ist wieder auf die Grundeinstellung Ähm Einstellt Sprich Oh shit Die haben sich da eingeladen Ähm Was wollte ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall Was? Auf jeden Fall Stell dir das immer um Das heißt, ich muss Ich muss mal dran denken Dass ich das halt Wieder selber um Änder Und ja Da dränke ich halt nicht immer dran Und deswegen Okay, jetzt passt es aber perfekt mit dem Sound eigentlich Ich höre selbst Bei mir ein bisschen laut teilweise Aber Ähm Ja, das passt eigentlich Dadurch, dass ich Also mich selber hören Tue ich noch Obwohl das ja gar nicht so selbstverständlich ist Da Ähm Ich mit meinen Kopfhörern Ähm Das Problem Das ist halt An sich Blöd und schlecht Äh, gut Einerseits ist es natürlich toll Ich höre halt nichts Ich höre halt nichts Ähm Also Sie sind halt so Ziemlich ohrumschließend Äh Andererseits ist das Nöt dann natürlich Weil ich mich selbst teilweise etwas Ja, schlecht höre Wenn ich eventuell nicht weiß Was ich Ja, gesagt habe wirklich Also Klar, das Äh Erhört sich jetzt Vielleicht komisch, kam aber Ist manchmal sogar so So Haben die jetzt da endlich Ah, toll Das war jetzt natürlich Direkt mal daneben Wie haben die noch Kann die jetzt noch da Hey Wo liegt denn das Oh Wie soll ich ein Panzer Ähm Okay Ah, ich hab Okay Hab ich wieder irgendwie nicht aufgepasst Ach, das sind auch nur MG-Stellungen Achso Da mache ich Panzer Wir können den Berg rücken Nicht gegen so viele Verteidigen, Kommandant Holen Sie Ihre Streitkräfte zurück Und bauen Sie eine Verteidigung Im Dorf auf Ja, super Ich hab da gerade noch geordert Naja Mal gucken, was so die Kabine noch mit sich Ich denke Vielleicht gibt es ja noch ein paar Na wunder jetzt nicht, aber Überraschungen Automatisch speichern Bitte warten Aber es ist ja jetzt wenigstens auf Deutsch Das war ja Äh Ein Problem Ein Problem während des Starts Was das Spezialgewehrkommando Verbleiben Sie Ihre Achso Kann ich da nicht Irgendwie hinten Tom Ah doch Achso, die nehmen das jetzt ein Also muss ich da jetzt gar nichts machen Das ist natürlich jetzt gut Ach, das ist ein Feuersteller Obwohl, das sollte ich jetzt Ah, okay, doch Nehmen wir das jetzt einfach so Das ist vielleicht etwas verschwenderisch Aber egal Verteidigen Achso Jetzt müssen wir es noch verteidigen Schicken Sie Ihre Truppen beim Fluss in Deckung Pläzieren Sie Minen oder Sprengladungen Achso, das meinen die mitverbleiben die Zeit Sonst dann, dann passiert das halt mit den Dingen Ge-Kan- Hö, wie denn? Achso Wir brauchen Freiwillige an dieser Panzerabwehrkanone Hätte ich das nicht auch da machen können Warte mal Was will der amerikanische Socken ausprobieren? Wir rücken dort hin vor Der Kano hat da eben was gesagt Ach da, achso Da hat man gar nicht groß die Möglichkeit zu wählen Ähm Toll, die gibt es anscheinend auch schon welche Von wo kommen die denn? Achso, hier von überall Hier kommt man Hier Spezialgewehrkommando Leichte MG Ist schweres MG Ist ja diese komische Ach, ich hab hier noch eine Ja Übersicht der FDW Oder jetzt aber ein schweres das passt hoffentlich ich überlege gerade ob das jetzt unbedingt nötig war oder schlau war überhaupt wie züge ich die denn überhaupt steht immer nur zu lang so ich glaube hier genau da kommt noch so haben wir jetzt ein dickes mg genosse ich nehme die jetzt auch einfach da hin ich glaube nämlich da kommt mit am meisten so ihr nehmt das jetzt aber ein trupp geht da mal ins haus ich glaube da passen ja beide passen nicht an ich gehe da mal hin so ähm gut das passt soweit oh shit ja kein sinn weg 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 ah ne 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 der find schießt auf uns ja ist es okay ich habe es verstanden Wie zündigt das denn jetzt nichts da Ah, da oben. Ich denke man muss da drauf tippen. Ach, das war nur so ein Testangriff oder wie? Ich glaube ich stelle das MG jetzt mal hin und wir prüfen diese Kanone. Leute setzt die Feldkanone in Bewegung. Wir brechen auf. Wir haben das Feuer auf unserem Fall. Wir reparieren kann. Schade. Ach der ballert sich da. Alles ist sowieso. Panzer. Das war jetzt dumm. Ich dachte es sprengt jetzt eventuell die Puppete zurück. Shit. Shit. Pioniere bereit. Pioniere unterwegs. Raus. Sofort haben wir das Feuer auf unserem Fall. Auf dem Fall. Wir sind befasst das Bomben. Ja mit Panzerabwehr kann man natürlich wenig anfangen. Ein Panzer. Pionier. Kontakt. Südliche Straße. Feindkontakt. Feindliche Panzer im Anrollen. Wir haben Panzerabwehrkanonen im Dorf. Bringt sie zur Front. Versenkt die Panzer. Brecht es alles mit Granaten oder Sprengsetzer. Alter was war das denn. Der ist ja geplatzt wie... wie Sau. Sie haben ein Ziel. Genosse. Wir kommen jetzt noch nicht fertig. Der Schuss zu Infanterie. Unterwegs. Hör doch auf mitzulaufen. Was soll? Bum. Boom. In your face so... Hier hier... Ja das ist... Ich kann ja auch mal... Ich vergess das mal. Mit dem nachbauen hier... Was sagen wir das? Jetzt wird es hier heiß, Genoss. Ach der abgehauen hast du, der ist tot jetzt, oder was? Naja egal, muss man jetzt nicht verstehen. Auf jeden Fall ich nicht. Was diese Xe bedeuten, habe ich jetzt auch nicht. Ja das ist natürlich jetzt perfekt hier, können sie da auch nicht umgehen, ähm, so. Das wäre jetzt mal da auch mal nehmlich. Ja komm, jetzt mach den Platz. Die zentrale Stellung wird angegriffen. Ja wir, diese verdammten Truppen, tot, sehr genossen. Na komm, bewegt eure Ärsche, mein Mann. Muss man denen echt alles sagen. Shit.